Insolvenzantrag abgewiesen Als mich vor kurzem eine, eine sehr gute Kundin, knapp 49 Jahre, anrief, war der Stolz in ihrer Stimme nicht zu überhören. Sie hatte gerade den Beschluss vom Amtsgericht in ihrer eigenen Sache erhalten. Das Finanzamt hatte einen Insolvenzantrag gegen sie gestellt. Jetzt hielt sie die endgültige Antwort des Amtsgerichts in den Händen. Insolvenzantrag abgewiesen, berichtete sie mir freudestrahlend. Das System aus ihrem Buch, die Beta-Blocker-Insolvenz, zum Abwehren solch eines Insolvenzantrags hat bestens funktioniert. Vor allem sagte sie mir am Telefon, Herr Rademacher, ihr Buch funktioniert Wort für Wort und das wirklich 100%ig. Ich habe mich genau an ihre Vorgaben gehalten und jetzt ist das Finanzamt mit seinem Insolvenzantrag kläglich gescheitert. Und dann las sie mir voller neu gewonnener Selbstachtung aus dem Beschluss des Amtsgerichtes die Gründe vor, warum der Insolvenzantrag abgelehnt worden war. Alle hochgebildeten Experten, Freunde und Bekannten und sogar die Schuldnerberatung haben mir empfohlen, einfach in die Insolvenz zu gehen. Obwohl bei mir, wie sie ja selbst gesagt haben, gar kein so hoher Schuldenberg vorliegt und eine Insolvenz mit der Wohlverhaltensphase von sechs Jahren überhaupt nicht nötig ist. Die gleichen Leute haben mir auch erklärt, dass ich es nie schaffen könne, einen Insolvenzantrag durch das mächtige Finanzamt abzuwählen. Aber das Schöne daran ist, dass ich jetzt weiß, dass ich nicht nur das Finanzamt, sondern auch all meine anderen Gläubigen mit einem solch Insolvenzantrag eine sehr stumpfe Waffe in den Händen halte. Und sie fuhr fort. Vor allem bin ich jetzt auch ganz stolz auf mich, dass ich mich nicht von der Behörde und dem Gericht ins Boxhorn habe jagen lassen. Obwohl ich doch manches Mal Angst hatte, dass es schief gehen würde. Doch der Mut, den ihr Buch, die Betablocker Insolvenz, mir gemacht hat, hat mir immer wieder die Kraft gegeben, auch in finstersten Momenten durchzuhalten. Dasselbe gilt für die aufmunternden Worte aus unserem Gespräch, als ich wieder mal gezweifelt habe. Und das alles ohne Steuerberater und Anwälte. Herzlichen Glückwunsch, antwortete ich. Auch ich bin stolz auf Sie, dass Sie den Mut und das Vertrauen in sich gesetzt haben und der Gegenseite die Stirn geboten haben. Sie sehen, liebe Zuschauer, wenn Sie Ihr Herz selbstmutig in die Hand nehmen, können Sie auch bei einem amtsgerichtlichen Insolvenzantrag alle gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Und was Ihnen keiner dieser sogenannten Experten erzählt, ist, dass die Gegenseite selbst Behörden und Gerichte auch nur mit Wasser kocht. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie das Buch Die Betablocker Insolvenz selber erst einmal gelesen haben, werden Sie vor Schulden, Gläubiger, Behörden und Gerichten keine Angst mehr haben. Sie werden den Stirn namens Insolvenzantrag mutig bei den Hördern packen. Denn vor dem Recht sind alle gleich. Gleicher sind aber die, die besser informiert sind. Sie sind ab jetzt von mir aufgerufen, Ihre Auseinandersetzungen mit Behörden und Gerichten selbst in die Hand zu nehmen. Wie sagte noch der österreichische Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlowick? Der Andersdenkende ist kein Idiot. Er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert. Also, denken Sie ab jetzt anders als Behörden und Gerichte. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher.